Ich? Ich vergebe niemals. Es wird ja auch noch schöner, hier soll ich auch noch vergeben. Kommt ja gar nicht in die Düte. Kommt ja gar nicht in die Düte. Radion. CD. Na ja. Vor dem Roten. Der reicht uns schon zum Boden. Hattebacher Dreieck in 21 km. Mühnfeld Schlitz. Bad Salzschlöf. Niedere Aula wäre die nächste Abfahrt. Auch die B27 dürfen wir mit. Und schon wieder Baustelle. Und schon wieder Baustelle. Jawoll. Genau. Ja. Ich will hier stehen. Ehe. Natürlich. Ehe. Wie der Himmel soll er aufhören. Was ist denn? Wovon träumt ihr uns eigentlich nachts? Ehe. Da sitzt einer auf Folge 7 und guckt ja runter. Gibt sich Ehe. 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 Wartet uns. Ja genau. Und dann noch besser ein bisschen auf Lager. Ich lach doch so gern. Nur keine Zeit zum Keller gehen. In den Keller zu gehen. Ja. So. Dann wird ja immer schön da. Ich habe glaube ich zwei Koffer drauf. Das ist schön, das ist ein Vergnügen. Kann ich gar nicht von hinten, kann nur von hinten entraten werden. Weil Koffer kann man seitlich nicht aufmachen. Du musst da eigentlich ein Koffer sein. Ja, das ist ein Koffer. Da muss man zum Beispiel schon mal eine Lieblane aufmachen. War mir keine Ahnung. War auch nicht schlecht. Und das war glaube ich das Schlimmste an der Nahverkehr Kühler-Skultur. 30 Kilometer fahren, anhalten, Handlänge komplett aufmachen. Dann wieder fahren, wieder aufmachen. Ja. Dann fahren wir aufmachen. Auch so genau. Für den. Wie fängt der da zusammen mit einem Kollegen? Wenn ihr so gut seid Autofahrer, warum haltet ihr damit keinen Abstand? Warum schaltet ihr eure Fernlicht nicht aus, wenn es Zeit ist? Warum müsst ihr drängeln mit Lichtdürfe und Blinken? Schauen wir mal drüber nach hinten. Ich möchte halt die Autofahrer. Also den Leuten, die unbedingt hier Remi jemmi machen müssen. Ich habe nichts gegen den normalen Autofahrer, der geht mir am Arsch vorbei. Ich habe mal was gegen Leute, die meinen, wir können die Autofahrer. Oder Leute, die müssen sich unbedingt bei mir an einen Sicherheitsabstand reinquenschen. Weil sie ja so schön ist. So ungefähr. Ich weiß ja nicht, von was die Leute nachts träumen. Oder was sie sich denken, wenn sie so was machen. Ob sie überhaupt denken? Das ist ja die andere Frage. Kann es denken? Und wenn ja, was kann es denn? Na ja, die von der Aachen können nicht denken. Dafür ist das Hirn zu klein. Das reicht gerade so zum Atmen. Ecken. ECM Bahn Um A8. Was ist das? Wer ist geschaut? ECM war nur 99. Jetzt ist es wieder weg. Wahnsinn. ECM. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt gerade war. Hier alles läuft. Dass der Brems ist, mit der Brems. Die schneiden wir mal, dass die Vorwärts. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir auch nicht. Dann war es irgendwie hier rechts. Kein Stau? Ich bin aber angezeigt. Stau. Komisch. Die Stau? Untertitelung des ZDF, 2020 Sieben Kilometer bis zum Ackbaradreihen 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 Ah, stopp. Kann ich ausmachen, oder? Geht es? Oder geht es nicht? Ein Handgerät. Schau ist das Licht aus. Guck. Ein Handgriff. Aber blöd ist und kein Hirn hat. Wen in der Hose noch da, wo es nicht sein soll. Naja. Kann nicht funktionieren. Drei Kreiskirche würde er wahrscheinlich runter wollen, und wir fahren vorher runter. Auf die A45 Richtung Dortmund fahren wir jetzt gleich. Wenn wir auf der A5 sind natürlich. Ja, weil hier gibt es ja keine A5. Das ist jetzt eine Frage. Wo ist denn hier die A5? Auf der A5? Reiskirchen. Abfahrt Reiskirchen. Aber hier fangt ja vorher runter. Und das machen tausend Meter Parkplatz ohne Scheißhaus. Auf 2 Kilometer bis zum Atmacher 3. Echt? Nein. 2,1 Kilometer rechts fahren. Ok. Das sind gut mit 68 sind verkauf. Geschleunigt. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm.